So, herzlich willkommen Kinder. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Ultimate Team. Heute ist das England Team dran. Zweite Folge jetzt. Wir versuchen jetzt mit diesem England Team die nächsten drei Spiele zu rocken. Also wird ein bisschen schwer. Die Abwehr sieht noch ein bisschen krampfhaft aus, aber dafür haben wir Starretchen Lila. Das müsste hier Legenden... Ne, was ist das? Was weiß ich? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, das ist unser Team und wir starten gleich ins... Ach ja, warte, hier muss ich noch die Verträge noch raustun. Wir starten gleich ins erste Spiel. So, als der Gegner, Angel, Di Maria, im offensiven Mittelfeld. Uhuhuhuhu, Touré, Borteng, Hummels, Bistig, Tastegen, Alaba, David Silva, Aguero und Van Persie. Und rechts noch David... Ne, wie hast du? Ne, na was? Ist das na was? Ich müsste na was sagen, gut. Ja, ähm, wirklich lustige Partie, wirklich lustige Runde. England Team, schauen wir mal, was wir reißen können. Los geht's. So, jetzt Ösi, Ösi, Laufweg zum Tor, hier. Übersteiger, was weiß ich. Für den Schluss für den auch. Ja, ne, warte ich. Sehr gut, 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 gut. Rollett ... Ne, wollen die ja nie machen. Whataf fark, jetzt geht aber ich eher die Hümb creature und die Öse, A. Woer Storchis war schon sieben. Gert, ah wie Teppich, der Scheiße, Papa! Willem Dorf-Roll, was weif Lemus hat sich so jetzt in der Europa bis zum Tor, hier factory, zwei Beine gehört die Chance lebt die Chance lebt Össi Össi lässt er hier alle aussteigen Össi und jetzt Robin van Bersi Juri Alter kann der doch was anderes außer der Ball geht deutlich drüber Scheiße und das ist der Mittelanstoß zu beginn dieser zweiten Halbzeit wo auch noch nie macht ihr bei Übersteiger und Läder und Läder in der Schuss für der Schuss für der Taktik doch mit dem 1 zu 0 Starred in Legendaire oder Blau oder was auch immer Lila 1 zu 0 schön durchgetan hier wunderbar schön hoho 1 zu 0 fertig Wow und Foul jawoll das ist das 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 der ich würde den der 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 das der die 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 Position soll hier nicht in einer Niederlage ich will jetzt durch siehst du durch die Augen der Bolleinsicht da wird was vor mir da jetzt da wird sie jetzt hier sind 6 zum 2 0 was ein Freistoß der Falle in der Forst wieder die Leute so ein Jahr Pazio wir in den Forsten ein Torhüter er hat da ist der Rüschel in den Form aber zwar was immer was heißt sie noch bald fallen mehr so wie sie jetzt der Schlenzer lange ein 3 0 8 das Unternehmen und schützt zunächst in der Rotzern da haben nicht schlecht ist die mir durch die aufgebaut aus nur Bayern und Doppelspielern mit ein bisschen ASV, ein bisschen Wolfsburg nicht schlecht, Reus, Aubameyang die ziehen wir da vorne und Lewandowski, ey, das ist Kippfeld mir, das Kippfeld mir, Reus und Aubameyang die ziehen da, wusch, da vorne und Lewandowski macht dann die Dinge in der Mitte rein nicht schlecht, gut Team aufgebaut, los geht's langsam kann er sich den Ball zurechtlegen aber wieder schöne Freistoßposition so, dann nehmen wir wieder Sturridge Sturridge in Lila Sturridge Guter Schuss, guter Schuss Sturridge Sturridge, dreht sich den Ball zurück wieder im Sturridge schaut wieder was er macht, lässt sich den, oh wow legt er sich mit der Hacke wunderschön vor, so jetzt legt sich den Ball zurück war Übersteiger, so mach ich mach den Lingen hier, mach den, na fuck den Ball fliegt es ab er hat er ist klar er ist klar es hat sich das auch für Dürr muss es sich über die Mauer der Euro die Schlechte in die Schlechtzeit aber wir haben vom Strafraubenskante Baller der sich ins Kampf ist das Thema jetzt müssen wir mal aufwärts und so wie sie sich ein bisschen scheiße zu machen als so ein bisschen mehr diese Mauerzeit zu haben hat nur so umruf Bayern so ist das schon was er will sich hier vor allem hier war wenn er da hat er er schluss als die Flüge das absteuert wird jeder das heißt egal 1 1 wird der Porto das war ich wieder für die dass da die Wächter Arschgebüse oder sie wird vor oder verteidigt mit Haufen so ist sie noch ein bisschen auf das ist aber noch ein 2 1 Prozent Führungstreffer und das GmbH bis zu uns geben Stilgerts gut ist ein weiterer Jahr bei der Anziehung von den Spielerschaften da hat er der machte wohl nur ganz schüsse der jungen Alter Alter verfalle der reingeknallt gibt aber auch in der Verlauf und so als hier stehen die Betriebe doch vorher sind vor allem die Verlager der Zoller aber nicht leider wieder zwei zu Kisten da rein Krasa Boy Krasa Boy Vorken sie sind sie auch kommen sie mal ein bisschen mit komponien ab das ist dann letztlich feilig ausgeschwanzten und schönes Lange jetzt gut dann jetzt beide noch verpasst und dann schätzt die Beweite 2 2 2 Städte mehr so wie sie jetzt war es war es war es war es war es war es war er hat er 3 2 1 6 wir haben die Brüder er hat war war also mal Mann weiß mal ist nur der Neuer hat er weiß 3 zu 2 er war das erste Tor ist das war bis unverdienst muss ich zu gehen aber dafür der Rest alter Leck mich fett. 72. 86. 90. 3-2. So muss das Lauf. Wir... Nächste Spiel. Hoffentlich wird es der dritte Sieg. Im dritten Spiel läuft. Nächster Gegner. Nalto. In Team of the Season ist das, glaube ich. Robben, Ribery, Lewandowski, Reus, De Brule in Braun. Legende oder was? Ich kann mir das nicht merken. Was ist das? Der dreht aber auf. Neu im Tor. Neu. Los in Venti Kivies. Der dreht aber ordentlich auf jetzt. Den gibt es zu schlagen. Ähm, ja. Bis jetzt ist es ein ordentliches Saison. Let's do this. Let's get ready to rumble. What the? Ja, der Pass kommt an. Ah, ist der eiskank, der Junge, Alter. Der marschiert einfach mal komplett durch die Abwehrdruck ohne dass er irgendwie die Miebe verdient. 4-4-0-0. Alter, diese Werte. Oh, der ist echt stark, der Junge. So, da ist der Venti Kivies. Das ist jetzt, 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 ja! Nee, neuer, neuer, man kann's vergessen. Da, der geht vielleicht mal hier, Hans Hoppey, aber neu erlädigend. Niemals. das tut mir jetzt bisschen weh der Typ der verlässt sich nur auf seine Stadtspieler nein nein die Bräune die kann man sich so noch durchsetzen Junge 2-0 Scheiße jetzt kotzt du mich langsam an Junge hör mal das No-Skill jetzt auf Alter No-Skill ist wenn du auf A drückst also wenn du jetzt so verteidigst so jetzt so verteidigen wenn das so hinläuft das ist No-Skill und das ist Scheiße das ist wie 0815 Pass jetzt der Kanzler für die Säle Prozent Ecke wenn es der Hals für die Wilds unbedingt muss und hat nichts können mit dem Sohn 20 Zentimeter war der Masse des Nürnbergs Schnappen Lehmann Dorski 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 das. Der Scheiße Lehmann Dorski Lehmann Dorski Kolder Kolder Die Klüter Die Kondel Waren Dorski Uren Nicki Lyer das heißt die Dörfer verbreitet er hat er auf dem Spiel aus und sie ist das dort war es sei immer aufregt das ist doch keine Sache gut Spaß mehr aber auch aus der Wächter der Mitglieder der Freistoß ausgerüstet aber auch in den Mauer der den Ball ganz so alt das ist der Verteidigung der jetzt eine gute Flanke das ist es verpflichtet du kannst nix alter du kannst nix nein der kann nix du kannst nix du hast die starben Spieler und deswegen magst du Tore das andere kannst du nicht Berteidigung drückst du auf A und vorne einfach bloß passen 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 schießen und laufend auf den Weg der Stiftung da hat diesmal an der Politik das ist es für keine Spiele das ist ein Schauspieler schon jetzt schon mal scheiß die wir haben da war er nicht die ganze Jahre ist das sehr gut spieler sie spielst du bist so scheiße Fremd Rechardt Rechardt Schau mal, der läuft, der läuft, der läuft, der läuft, der läuft, der läuft, einfach vorbei, was sollst du da noch mal machen? Und die Spiele besser Lauf, halt mal, lauf, geh, scheiß mal Junge, alter Und jetzt klärt er, lauf, ich hab's da mal jetzt, ey Boah Lauf jetzt mal, los jetzt Das will ich das 3-2 machen Ja, scheiß neu, alter, komm Nein, der wird jetzt, nein Ja, leg die Hand noch weiter, Foto, Affe Meine Güte, ey Leute, hast du wieder kaputt mehr Scheißrott Ein kleiner Sieger, aber so, danke, bis zum Ende, angucken